Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchten wir euch zeigen, wie ihr in wenigen Minuten euren Stromanbieter nicht nur wechseln, sondern auch mit eurem jetzigen Vertrag vergleichen könnt und das innerhalb weniger Minuten. Unten in der Videobeschreibung haben wir für euch hierzu einen Link zu Check24 verlinkt. Wir gehen hierbei Schritt für Schritt die einzelnen Punkte einmal durch. Als erstes gehen wir auf den Link unten in der Videobeschreibung, der uns direkt zu der Seite von Check24 weiterleitet. Angekommen auf der Hauptseite geben wir hier einmal unsere Daten ein, unter anderem die Postleitzahl, die Anzahl der Personen, die im Haushalt leben, wie auch den Verbrauch. Check24 gibt hier je nach Personenanzahl schon einen Durchschnittsverbrauch an. Wer jedoch schon einen Stromvertrag besitzt und seinen Vertrag wechseln möchte, der kann hier auch in seine letzte Stromabrechnung reinsehen und den genauen Verbrauch hier genau angeben. Nachdem wir dies eingetragen haben, klicken wir als nächstes auf den Button Vergleichen. Als nächstes sucht uns Check24 passende Vergleiche in unserer Umgebung raus und sortet diese direkt nach Beliebtheit bzw. nach der Bewertung. Hier ist es möglich, noch auf der oberen Leiste seine Suchkriterien nach Belieben einzurichten. Auf der linken Seite können wir noch einige Anpassungen nach Wunsch einstellen, damit Check24 das richtige Angebot raussuchen kann, was auf die persönlichen Wünsche angepasst wurde. Nachdem ihr ein interessantes Angebot gefunden habt, könnt ihr auf das Angebot über den Button Weiter nicht nur das Angebot nochmals detailliert einsehen, sondern auch gegebenenfalls gleich den Vertrag abschließen. Wenn es zu einem Vertragsabschluss kommen sollte, übermittelt Check24 jetzt alle Daten ganz automatisch an den jeweiligen Anbieter und sobald dies durch ist, bekommt man hier nochmal eine Bestätigungs-E-Mail. Wir hoffen, wir konnten euch mit diesem Video weiterhelfen und hoffen, dass wir euch den Vergleich bei eurer nächsten Suche nach einem neuen Stromanbieter weiterhelfen konnten. Wie schon am Anfang erwähnt, findet ihr den Link unten in der Videobeschreibung, der euch direkt zu der Seite von Check24 weiterleitet. Bei Fragen oder Anmerkungen würden wir uns über ein kleines Feedback eurerseits sehr freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns doch gern ein Like und abonniert uns, wenn ihr kein weiteres Video mehr verpassen wollt. Wir bedanken uns für euer Interesse und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.